Das sind die vier Freunde. Bella, Cassandra, Tim und Mimi. Zusammen spielen sie auf dem Spielplatz hinter den großen Häusern. Da kommt das Eishotto und alle Kinder laufen hin. Während sie Eis essen, unterhalten sie sich über ihre Lieblingsorte in der Stadt. Tim und Mimi sind gerne auf der Skaterbahn. Los auf ein Abenteuer? fragt Tim. Die Mädchenstimme zu. Mit dem Bus fahren sie los. Vorbei an den großen Häusern bis zur Endstation. Hier beginnt der Heidewald. Ein wahres Labiorin anwegen. An einen Turm angekommen fragt sie Tim. Na, haut er euch hoch? Na klar. Dann die Mädchen sind seit erstes oben. Dort oben sind sie spachlos. Der Aussicht ist super und der Wald ist groß. Die Häuser sind ganz klein. Und was ist das? Was glitzert da durch die Bäume? fragt Cassandra. Die Kinder laufen durch den Wald und erreichen einen See. Bella hat ihre Eiswaffeln nicht aufgeessen und verfüttert sie an die kleinen Vögel. Oh Tim, das ist ja wie Urlaub hier. Morgen nehmen wir unsere Badensachen mit und gehen zum See. Sag Bella. Ja, das ist eine gute Idee. Stimmt Cassandra zu? Gemeinsam fahren sie mit dem Bus nach Hause und sind froh, so einer schönen Stadt zu wohnen. Musik 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 Vielen Dank.